Das bringt mich nun zu der Geschichte, wo ein Junge aus der Schule kommt und sagt zu seinem Vater, wir haben jetzt Staatsbürgerkunde, kannst du mir mal erklären, was Politik ist? Ja, sagt der Vater, okay, also pass mal auf, ich bringe das Geld mit nach Hause, ich bin das Kapital. Deine Mutter verwaltet das Geld und gibt es auch wieder aus, deine Mutter ist die Regierung. Der Großvater, der noch hier bei uns lebt, der passt auf, dass alles mit rechten Dingen zugeht, das ist die Gewerkschaft. Und die Anna, die bei uns im Haushalt mithilft, das ist die Arbeiterklasse. Und für wen tun wir das? Für dich. Du bist das Volk und dein kleiner Bruder, der noch in Windeln liegt, das ist die Zukunft. Hast du das verstanden? Ja, sagt er, ich glaube, der Junge, ich muss da nochmal drüber schlafen. Nachts wird der Junge wach, weil sein kleiner Bruder in die Windeln gemacht hat und schreit. Und da steht er auf und geht zu seinen Eltern ins Schlafzimmer. Da liegt aber nur seine Mutter und die schnarcht und die schläft so fest, dass er sie gar nicht wach kriegt. Also geht er zu Anna, vorsichtshalber, aber die liegt nur mit seinem Vater hinweg. Der Großvater guckt von draußen noch durchs Fenster zu. Da hat er die Nase voll und geht wieder ins Bett und legt sich hin. Am nächsten Morgen am Kaffetisch sagt sein Vater, hast du nur begriffen, was Politik ist? Da sagt er, ja, das habe ich jetzt begriffen. Also, das Kapital missbraucht die Arbeiterklasse, die Gewerkschaft schaut zu und die Regierung schläft. Das Volk wird ignoriert und die Zukunft liegt in der Scheiße. Und nun wünsche ich allen noch eine schöne Adventszeit. Alles Gute zum neuen Jahr und ich freue mich auf einen schönen Abend mit euch.